ARD Text im Auftrag von funk Vater! Vater! Wasser! Wasser! Ah, was soll der Blödsinn? Ich denke, aus dem Alter bist du raus! Ich war in Zimmer 13 eingeschmiert und du schläfst hier einfach! Vielleicht hast du ja recht! Wir sollten wachsam bleiben! Ich bin jetzt wach! Und du auch! So! Jetzt führ mich zu Zimmer 13! Das... Das wird nicht gehen! Was? Nein! Hab ich ja gesagt! Nein! Ich habe Nein gesagt! Aber die Zeichnungen, die wollten Sie haben! Ja, ja! Schön! Sehr schön! Aber dafür habe ich gerade gar keine Zeit! Schönen Tag noch! Ja? Gern geschehen! Also, ich kann da drauf nichts finden! Soll ich jetzt nochmal alles vor- und zurückspulen zum vierten Mal? Nein! Komm! Wir machen's auf die Suche! Du warst also in Zimmer 13! Und plötzlich lagst du hier am Boden! Interessant! Ich weiß doch auch nicht, was passiert ist! Irgendjemand oder irgendwas hat mich aus dem Zimmer gezogen! Ein Gespenst! Oder eine gute Fee! Vielleicht auch ein Marsmännchen! Da finden wir endlich das Zimmer, das uns steinreich macht! Und du schläfst einfach ein! Ich... ich habe Panik bekommen! Ich weiß nicht, was passiert ist! Ich... ich muss bewusstlos geworden sein oder so! Schlimm! 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 Ja! Ich kann nichts dafür! Hast du überhaupt versucht, mir zu helfen? Ich habe bestimmt hundertmal bei dir angerufen! Ich hoffe doch wohl nur mich! Hast du sonst noch jemanden angerufen? Jemand muss mich retten! Tom muss mich retten! Weiß irgendjemand, dass du in Zimmer 13 warst? Nein! Doch wohl nicht etwa Tom! Nein! Nein! Du brauchst dir keine Sorgen machen! Ich habe Tom nicht angerufen! Jack? Schön dich zu sehen! Wie geht's dir? Wie hast du mich aus Zimmer 13 gekriegt? Was? Hab ich doch gar nicht! Was hat es mit Zimmer 13 auf sich? Hast du Tom gefragt? Ist der ins Hotel gekommen? Nein! Also du wirst doch wohl wissen, wie du aus dem Zimmer gekommen bist! Du warst doch dabei! Victoria! Bitte sag mir alles, was du weißt! Okay! Also... ich habe deine Nachricht bekommen und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen... Mir reicht's! Ich setze mein Leben und dann nimmt die Schimmer noch! Meine Haare für dich aufs Spiel! Und was kriege ich dafür? Victoria, ich... Nichts! Noch nichtmals ein Danke! Raus aus meinem Zimmer! Raus! Und? Noch was gefunden? Ja! Sie haben uns wieder reingelegt, die drei Kröten! Was? Ich habe die DVDs gerade alle nochmal durchgeschaut und festgestellt, dass eine fehlt. Die DVD, die im Laufwerk war, ist alt. Sie haben lediglich ein neues Etikett draufgeklebt. Das gibt's ja gar nicht! Komm! Wir räumen den Kram zusammen! Es hat keinen Sinn mehr! Sie wissen von den Kameras! Kannst du mir bitte mal beim Aufräumen helfen? Ich erkenne das Zimmer! Ein Schlafzimmer, ja! Schön! Nein! Das Bett! Und das Gemälde! Das ist Zimmer 13!